Himmelsack und Bohnensalat. Willkommen zurück hier zu HiWool Warriors und äh, naja, hehehe, ja, wie bereits angekündigt haben wir hier noch ein bisschen offskill gemacht, sprich halt das, was sowieso klar war, noch ein paar Herzteile, Herzcontainer, sei es hinter der A-Rang-Mission oder zum Beispiel hier mit Agneta, durchbreitet von, oh, wie viel vorhin ist das bereits her, 10, 12, keine Ahnung, wo wir halt gezeigt haben, wo wir uns halt finden würden und so, und ja, wir sind gut dabei, auch das geht relativ ab. Einfach, muss man zugeben, die sparen wir uns so spät noch auf, sind noch Missionen, die man sieht, die noch gar nicht gemacht haben, sie sind natürlich hier regulär am Let's Play, nicht wahr, die macht Agneta dort unten, dann wird sich noch ein Agneta Part geben, ach, du bist auch ein kleines bisschen geiler Feind, oh nein, du bringst er zweimal, so eine Mini-Version, und Skull Tiss, ja, eine fehlt noch, die hier rechts oben, aber Leute, ist verdammt schwer da mit Lana und so, alter, die kriege ich auch nicht hin. Mach, was ich will, und, die fehlt auch noch. Bin ganz ehrlich, müssen wir wirb freuen, wieso fehlt denn die noch? Ich hätte schwören können, wir können jetzt... Moment mal. Das ist mir scheißegal, die machen wir zusammen. Jo, die hat schon rein. Das Problem der zweiten Skulltour ist halt immer noch das mit den vier Herzen Damage, hey, ich mein, in der Regel geht's ja ganz gut, aber vor allem da, wie gesagt, da halt irgendwie, linken der grossen Fee, oder, Agneta, oder halt vor allem der Lana mit dem Portal, da ist das echt schwierig, hey. Nein, zeig sie, was sie kann. So, mal gucken. Das ist ein halbes Herz-Damage, ähm, ich hätte nicht mal so wirklich angemacht, scheisse. Das könnte sogar für die Prinzessin schwierig werden. Nö. Der ist da, beinahe down. Du, du, du. Äh, ja, ich hol da ein, ich könnte jetzt gerne mit einer neuen Mission weitermachen, aber gut, wir machen auch erstmal das noch. Du, du, du. 1.200 kriegen wir hin. Zantoy. 1.500 devam 1.200 Fristi mach meiner Wölfe! Äh, hat es voll gebracht. 2.500 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.500 1.500 Jetzt haben wir stehen! 1.500 1.500 1.500 1.500 Yeah, 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 yeah! Bitches! Der bleibt immer noch! Jetzt reiss ich aber langsam! Finit in Catatum! Bitte was? Ach ne, der Spur ging ja anders. Jetzt lebt! Bitch, slap und... ist klar. Äh, wo ist eigentlich unser Hauptvertier? Ach stimmt, wir haben ja gar keine Mission. Ich vergisse es immer wieder. Das war knapp. Äh, sind wir wieder reingekommen? Mithna, Mithna, die Erwachsene Mithna, wie spielt ihr das schon wieder? Ziemlich krasser Fallenfälle! Was macht Lana denn hier?! Nein, 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 nein! 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 Huh, er war knapp. Wenn ich halbes Herz habe, schauen, warte mal, die Haus der Sonne war's, war gut. Es ist noch alles in Ordnung, damit ich mehr Hühner unterstützen! Kein Problem! Ja, im Gegensatz zu der Mission mit Lana und dem Hühnerportal. Weil das goldene Hund noch unsere Gegner und so... Das sind echt... ...doofe Missionen, ey. Was mag ich das machen? Ne, wieso? Kriegt ihr mehr Gegner für uns? Du, 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 du... Mann, ey, ist gut, Lana! Wir haben's kapiert! Oh Gott! Das Spiel kommt nicht mehr hinterher! Das ist eine krasse Attacke, ey! Und jetzt noch ein bisschen Bitch slappeln! Bäm, 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 Bäm! Bäm, Bäm! Klappt aber irgend... Wow! Voll zerdrückt, ey! Das ist fies, ja, fies, oh man! Was sollen wir bloß tun? Nun kennst du meine Stärke! Yo! Haben die es mir? Ehrlich gesagt, egal! Bums, Fallerer! Und, äh... Was ja schön war! Tschüssi, Kowski! Der geht immer noch! Na, komm schon! Ah! Buss! Ich hab jetzt getroffen! Spüre die Kanone Verzweiflung! Alter! Ja! Man merkt schon was im Todes... Äh... Todesgebiet... Todesberggebiet! So, mit dem Schuh draus! Feierabend hier! Ja, sieht so aus! Was machenänger! Ah ja, ich machme es so! Dü, du! Midnight is cool drauf! Äh! Scheiße... Nehmen wir 1.000 war... Jo! 1600 ist gut so müssen wir weiter gerettet sein hier muss ich die überhaupt hier machen ich weiss ja nicht Freunde ich weiss ja nicht ach komm weil wir es können kann ich mir diese Hühner die noch mithelfen wir sind gewalt der Feinde damit ich mehr die Hühner nicht unterstützen oh man hey was für eine Hühnerparty wer bezahlt das ganze Futter nicht mehr so viele Gegner wir gerne hätten ja und hier habe ich Anspruch auf dieser Festung klar ja ja alles klar alles klar du bist der Boss alter was denn dort los Bulga kämpft ja komm direkt voll in die Fresse alter der schlägt nicht mehr auf aber vielleicht ja sein Kumpel sein Nachtschwerner Party haben wir ihn erwischt ey wo oh Gott sei Dank da hat er gerade wenn wir noch abfucken es sind garantiert mehr als wir jetzt nicht angeben es sind auch so ein paar verdammte Viecher naja die Brücke Heldens scheisse ey ich glaube die Entwickler hatten als sie äh Minden entworfen haben oder sprich halt die ganzen Moves und so hat es glaube ich auch sehr viel Spass dabei oh ne die Musik wieder geändert naja ja wenn wir die Hühner so weitermachen bald keine Gegner mehr toll gut gut man wir haben sie erobert ja ich habe nicht viel dazu beigetragen aber schön und jetztad noch gut Hat's hier noch vielen Gegner, oder wie sieht's aus? Nö, wahr? Da kann ich ja wieder weitergehen und meines Weges... Äh, gehen schon wieder neu. Der Brückenslab, was ganz Neues. So viele, viele, nicht mehr kommen, wir reden auf tausend seiner Gegner und doch müssen locker noch gehen. Wobei, locker, hehe. Weiter so machen mit dieser Kraft. Du warst einfach nicht derzeit das Garndorf, wa? Du 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 du, aber das war ja nach der Twilight Princess. Du 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 du. Sperre der Finsternis! Eine Skulltool da ist aufgetan. Was, jetzt schon? Ich bin nur noch schnell als erwartet. Äh, wo warten die schon wieder? Ich überlege und höre. Ich höre, wenn ich 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 höre. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Wird gerne aufgeladen, Entschuldigung! Hat mich gerade ein bisschen verguckt Hat mich ein Sier verguckt, haha Ja, Sierschätzchen Komm nur her, komm nur her Mann! Ich spiess dich auf! Und räche mich! Für damals! Dass du mich verflucht hast Ja, natürlich müssen wir schauen, dass man das hier nie so richtig gesehen hat am Spiel Ah, ich glaube der Held nicht mehr Ah doch Krasse Scheisse, und Schattenmagic Hat dir krass noch viel gebracht Okay Magic Style Äh, wo ist er hin? Schauen wir es mir egal Ich brauche keinen Rang an! Das ist wohl die coolste von allen Was? Na warte Einen trennen von mir Mehr macht als zum ganzen Oh, Alter wie nahe! Oh, das muss weh tun! Also das kein Beach Slap Weiß auch nicht mehr weiter Wir haben es geschafft! Yeah! Du wohnst gar nicht auf, das waren meine Truppen Nein! Wenn er ständig meinen Truppen klaut Dann könnt ihr mich besiegen Lächerlich, Mann! Garnedorf hat einfach mal die Klappe Die Die Jaja, mitten auf dem Spiegel Tja Freunde, das war das letzte Mal mit Mitten in ihrer Warenform Hier auf dieser Map Äh, ja, da war es möglich Weil, wie gesagt, viel gibt es nicht mehr zu tun Eine Mission noch mit Agneta sicher noch Und jetzt vor allem, wo wir endlich Endlich mal hinkommen, die neue Mission hier Also, die neue wird ein bisschen übertrieben, wa? Die, die noch gar nicht angeschaut haben Nach coolen Dingen Und hier das nächste Bild Die, die Jemand hat noch drei Gegner verloren Items! So, cool! Lalalala Lala Jetzt ist alles komplett Jetzt werden wir genauer drei Skulltools Die dort, wie gesagt, machen wir da aufsqueen die ganz rechts Das ist dann sehr zu nervig Jetzt machen wir hier weiter mit Ghirahim Oder Fall, ich glaube eher mit Ghirahim Wir können das mit Fall nochmal aufsqueen machen Äh, ihr kennt's Es dauert wieder so lange Aber Ghirahim ist gut, es gilt Der packt das locker Äh, mal gucken, dann wird der nächste Part Wohl bereits mit Link sein, wa? Wo er da auch noch ein paar Herz- und Herz-Container hat Und dann vor allem auch die Skulltulas Und was auch nicht dran denken muss Dass sich die Animation wieder anschalten Weil dort soll der Gang wieder auftauchen Mit einer komplett neuen Animation Scheinbar Ja Toll, wo ist jetzt hier? Ähm Gut, wie gesagt, der Rang aber auch nicht Ich habe so, Hilfe! Was macht ihr da? Da muss was sein, ich mach euch alle platt Nein, ich habe ihn nicht getroffen Ah doch Hä, wo war jetzt? Wo war's? Wir haben ein paar Worte Wer sind hier bei den Umwelthetron? Und wie ist ein vaseklar? Weg da, gib ihm weg da. Wow. Einmal, zweimal, dreimal und jetzt das Schwert. Nein, gib ihm. Hör auf damit, nein. Wenn er auf der Show noch einsetzen muss. Der ist schon wieder. Mann, Tanto, du nervst! Wir haben noch guten Damage gegen ihn. So, ist schon besser. Karo Plattform, wumms, falle gerade. Alter ey. Blocken kann er gut, dann muss ich ihn lassen. Ich will werfen wie ein Smash, das geht natürlich auch nicht, aber klar. Wow. Das hätte schief gehen können, komm, man kann es ruhig machen. Dürfen wir bitten? Zum Tanz bitten! Ja, Mann. Ah, ist total gut. Ein bisschen zäh, der Gute. Na komm schon. Kein Bock mehr drauf. Oh, Hilfe! Dürfen! Dämlich ein Riesenfranz, ey. Ich darf keine Schildleistung haben, wenn man da einen dämlichen Turmangriff macht. Kennen wir auch als toller Prinzess oder, beziehungsweise lernen wir doch kennen. Ah ne, um den ganzen Spoilern hier. Die Glücke und das Küken. Schön für sie. Oh ne, das ist schon so ne Mission. Nö, keine Bock drauf, soll es selber machen. Alter! Ja, mach noch kein Motor. Das war's. Einfach nicht ganz, aber ähm. Es wird wehtun! Äh, natürlich nicht! Da! Mann! Die Südfestung. Ah, warte mal! In der Südfestung habe ich das Herzteil für Girohim. Wo ist denn jetzt die Südfestung? Dann gibt er dem Unlord auch noch sein letztes Stündchen! Auf dieser Map. Von mir doch auch immer Let's Play. Zwischen Staffel. Mal gucken. So, jetzt geh doch endlich mal drauf. Menschenskind, ey. Wärme dann demnach ins Feuer. Das ist sowieso zu weit weg. So, jetzt wird's auch mal reingehauen hier. Ja, dann fällt sie halt, meine Fresse. Ja! 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 Das ist alles zu weit weg. Oh mein Gott, was ist denn noch alles? Ich will jetzt mal einen Huhn holen, oder die Glücke? Ich weiss gar nicht mehr. Ich weiß nicht ob ich da oben bin. Ist das Teil noch hier oder wie? Oh nein, Südwestfest und genau dort wäre das Herzteil. Selber wie geht es dir? Bist du noch gut? Wie geht es dir noch super? Dann fällt dir die Facing, ist mir doch scheiss egal. Okay, gehen wir mal hoch. Ich soll doch voll übersehen, wo jetzt die Glücke sein soll. Äh, ja doch. Die Glücke ist da, hat aber keinen Bock mitzukommen. Soll jetzt erst das Küken retten. Sieht so aus, wird es das nicht mehr lange machen. Und äh... Toll. Planänderung! Ahja, mach das mal. Vorsicht von der Glücke! Ahja, ich kenne das mit Frauen. Gefallen wegen der Glücke oder was? Wah-ja, okay. Got'n, was zur Kirche hin? Immer wieder, der Glücke hat. So sicher, dass ich es ja so ist. Ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so. Ich bin so sehr, hier bin schon, ich bin so... Oh, ich bin so. Ich bin so. Wie freie B Э-ja, ich bin so. Wie geht es denn? Ich bin so, ich bin so, ich bin so. Wie wichtig. dann hält der mut ganz viel kunde auch immer selten auch ganz kurz herzteil hier und dann würde dochmals jetzt falsche verdammt das ist natürlich die westfestung ist eine südfestung ist die westfestung dort links unten sein war logisch okie dokie die glücke noch voll dabei ist die schnell scheiss hüter viel kassel jetzt reichts wakKommsch angemacht tschüss ah geil zack Hilfe etwas hinter mir das scheisteil Nein, Glucke, hau ab! Ich gluck dich auch nie wieder, ich schwöre es! Reingelegt! Das Vieh will und will einfach nicht drauf gehen. Ich glaube gleich, wenn es ein Sinn ist, ich wusste schon mal ein Vieh wollte, aber ist egal. Glucke, du stehst da ein bisschen unpraktisch, wenn man das so sagen darf. Ist der Scheiss egal. Knapp in dem Moment, ey. Ja, ich würde mal sagen, nochmal Danke fürs Zusehen. Das war's für heute wieder mal bei Hyrule Warriors. Mit, ja immerhin, einem Skull Tulland noch. Und noch einem Herzthalve Kiwahim. Wir sind dann ganz schnell weg hier und das Teil aufhalten, plus Zelda rettet. Ihr kennt's ja, wir sind ja immer der Retter in der Not. Ach du Scheimkleister, das sieht ja übel aus. Lass meine Prinzessin in Ruhe! Aber erst natürlich im nächsten Part. Bis dahin, tschüss! Bis dahin, tschüss! Bis dahin, tschüss! Bis dahin, tschüss!